Ah, da kommt er her. Hallo, Harry. Na? Hm? Deine Wärmflasche ist gerade in der Mikrowelle. Ja, hallo. Hm? Dein Futter ist auch schon fertig, schau. Da, lecker. Bäh. Jetzt bitte ich nur noch kurz gedulden, dann geht's wieder ins Häuschen. Hm? Ja, du süßes Näschen. Wo willst du hin? So, wo willst du hinwandern? Da geht's nicht weiter. Da kann man sich nicht verkriechen, Süßer. Komm, ich glaub, die ist warm genug, wir bringen die mal wieder raus, ja?